ja hallo und servus bei wolfs bike und tour tv in meiner serie raus aus wien nur wohin ich nehme auch heute mit zur wuchtel wird in den hubertussee wir sind über die kalte kuchel gefahren und dann über den ochs sattel richtung mariazell und jetzt sind wir da wenn wir uns am bauernschmerz genehmigen und kaiser wuchtel und nachher geht es weiter am erlaufsee ein bisschen baden wenn das wetter hält so Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, der ist zu nah gestanden. Ja, der ist zu nah gestanden. Bis zum nächsten Mal. 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 Und hat's geschmeckt? Super gut. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.